Video 1 Ich mache hier also eine Smoothie Flasche und eine Spezi Dose voll und werde die dann abwechselnd beschließen, um zu zeigen, was sie für eine Durchlasskraft haben. So, nehmen wir mal zuerst die Dose. Magazin und Waffe immer, solange wie möglich. Ja, getrennt halten. So, da habe ich das gelagert, eingeschlossen in zwei Steinen, damit ihr nicht durch die Gegend fliegt. Und ich werde dann von dem Baum da hinten schießen, da sind ca. 10 Meter. So, also dann mache ich auch gleich noch eine Nahaufnahme, wie ich schieße, aber halt separat, es geht ja nicht anders. So. Nochmal. Oh, war die CO2-Kapsel leer. So, wie man gesehen hat, Patrono war leer. Die kriegen wir jetzt raus mit dem Inbus-Schlüssel, der mitgeliefert wird. Dann drehen wir die einfach mal auf. So, die ist leer. Die jetzt hier rein. So, und dann wird die festgedreht. Dann wird die festgedreht. Und dann wird die festgedreht. So, bin ich schussbereit. So, durchschlagen. Also nochmal, schießt er von diesem Baum aus. Auf die Dose, das sind ca. 10 Meter schwitzig mal. Übrigens, gesichert, entsichert. So. Auf geht's, amigos. Das war's. Das war's also mit der Dose. Ihr seht hier, Ausgangsschoppt, Austrittsspuren, Eintrittsspuren, Austrittsspuren. Deshalb sage ich, kein Spielzeug. So, auf Pause, neu laden. So, die ist neu geladen. Entsichert. So, stellen wir mal die hier hin. Wollen wir hoffen. Der dich diesmal besser ziehen kann. Ich will auch jetzt nicht eine schnelle Abfolge schießen, weil das bringt nichts. Ich will jetzt den Wummelhauen. So, 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 ich will jetzt den Wummelhauen. so wie bei plastik keine durchschüsse aber hier schon schwer angekratzt doch hier oben haben wir durchschuss also jedoch durch plastik die sache ist mit dem plastik warum die warum ich jetzt sage das ist oder warum ich das jetzt extra zeige ist der punkt plastik gibt danach ja und wenn normalerweise die kugel kommen auch zurück also ihr müsst da echt aufpassen brille anziehen ist gefährlich so im nächsten video versuche ich mich in akkurat zu schießen das war jetzt erstmal so ein ja so ein fun test also bis zum nächsten video